Willkommen zu unserem Himmel-Workout. Happy, happy, welcome in Tarnfarben. Warum heißen wir Himmel-Workout? Das ist heute das Himmel-Workout, weil deine Farbe und mein Blauton sich von unseren Oberteilen im Himmel widerspiegeln. Wir haben uns das extra so gewählt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, warum haben die denn kein Rot angezogen, weil wir sehen ja auch oft diese roten Workouts. Hä? Nein, wir wollten das genauso farbgleich haben. Heute, das ist unser Himmel-Workout. Ja, und das japanische. Ich habe diese japanische Blutmusik im Pop. Das kommt später, die japanische Spa-Musik. Also heute in unserem Himmel-Workout müsst ihr euch einfach vorstellen, dass wir jetzt auf einer Wolke schweben. Wir machen heute ein Wölkchen-Workout. Ein Wölkchen-Workout. Genau, deswegen verlagern wir das Gewicht jetzt erstmal von rechts nach links, wie auf einem Wölkchen. Wie auf einem Wölkchen. Heute komplett ohne Sprünge. Heute ist es komplett gelenkschonend, knieentlastend. Ja, wir haben heute einfach keine Hüpferchen, keine großen Bewegungen. Also man kann auch trainieren ohne zu springen. Das ist möglich. Und Mädels, wisst ihr was? Es heißt nicht, dass es dadurch nicht anstrengend ist. Das will ich mal ganz klar so sagen. Und Katrin, weißt du, was wir machen heute? Pass mal auf, wir machen das heute so. Heute machen wir das mal mit den Sätzen. Mit den Sätzen? Mit den drei Sätzen und so. Weißt du? Mit den drei Sätzen. Wiederholung, 20 Wiederholung, drei Sätzen. Ach so, die drei Sätze. Damit es heute richtig schön zwiebelt. Na gut, okay. Ihr könnt auch Händchen halten, wenn ihr einen Partner habt. Wie eigentlich. Okay, Achtung, legt eure Hände mal auf die Schultern. Und jetzt gehen die Arme hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Und wir haben zehn und neun und acht und sieben und sechs und fünf und vier und drei und zwei und einer. Sehr gut. Wir bleiben hier und drehen den Oberkörper rechts und links herum. Rotation. Man merkt sofort, wir haben beide so unsere Wiedlingsübungen, die wir immer machen. Aber echt, ja. Aber immer. Du machst immer hier die Läuferchen. Ja, genau. Und ich mache immer hier dieses Rotieren. Ja, weil das gut. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Wir haben noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf. Wir könnten übrigens auch stehen bleiben dabei. Vier, drei. Schwungkoordinativ war übel. Eins. Anschlussvoll. Und lösen. So, jetzt machen wir nochmal einmal die Arme. Das ist ja auch meine Lieblingsübung, ne? Schöne Armkreise, Bauchnabel, könnt ihr direkt zur Wirbelsäule ziehen und euer Becken mal von einem Hohlkreuz, weil oft steht man so, direkt mal in einen schönen geraden Rücken ziehen. Also zieht den Po schön ran, sodass die Sitzbeinhöcker nach unten zeigen und jetzt nicht mehr geradeaus zu Katrin. Und wir haben noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, ist nicht schlimm. Eins und letzter. Gut. Super, 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 super. Okay. Okay. Sind wir mit Warm-Up fertig? Ja, hab ich jetzt so. Gut. Also, wir stellen unsere Beine etwas weiter auseinander und ihr verlagert erstmal das Gewicht ein bisschen nur von rechts nach links. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Wir reden hier nicht von den großen Side-to-Side, sondern nur ein bisschen Gewichtsverlagerung. Im Grunde genommen schweben wir so ein bisschen von rechts nach links. Genau. Und die Arme, die gehen zur Seite und im großen Punkt zur Seite. Rüber und rüber und rüber und rüber. Jawohl. Und wenn ihr 1,70 Meter groß seid, dann befindet ihr euch jetzt gerade auf 1,40 Meter. Wir bleiben alle schön klein. Verlagert nur das Gewicht von rechts nach links. Von rechts nach links. Jawohl. Und wir haben 10. Und wir haben noch 9. Und wir haben noch 8. Und wir haben noch 7. Und noch 6. Jawohl. Noch 5. Und noch 4. Und noch 3. Und noch 2. Achtung. Und große Halbbogen. Rüber und rüber. Ihr stellt euch vor, ihr seid auf einem Konzert. Vielleicht bei Codeplay, vielleicht bei Adele, vielleicht bei den Backstreet Boys. Oh, my favorite. Nick Carter. Hit me, baby. One more time. Oder Britney. Richtig gut. Und wir verlagern weiterhin das Gewicht von rechts. Ist das schon der 2. Satz? Ach so, ach ja. Ist der 2. Satz, ne? Du hast es einfach nur verändert. Ja. Das ist alles noch der 1. Satz. Achtung. Zehn. Neun. Und noch 1. Wir bleiben heute den ganzen Tag, den ganzen Workout hier in dieser Übung. Kathrin vergisst die Sätze zu nehmen. Money. Noch 5. Aber warte, ich habe noch, der besteht nämlich aus 3 Teilen. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, zuerst die horizontale. Genau so. Dann hier die Konzertwinker und gleich kommen die nach oben, nach unten. Ja, aber deshalb dachte ich, das ist jetzt erster Satz, zweiter Satz und dann kommt gleich der Dreh. Oder war das so oder nicht? Genau so wollte ich das auch machen. So wollte ich das auch machen. Genau so wollte ich das auch machen. Weißt du, ich kenne dich. Ich weiß, auf dich immer verlassen. Du würdest nie irgendwas vergessen. Achtung. Rüber. 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 Und rüber. Genau. Zack. Und rüber. Wir haben 10. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einer. Jetzt die Beine einmal kurz lösen. Und das war der erste. Erste Satz, ne? Jetzt kommen wir hier wieder. Jetzt kommen wir hier wieder. Fangen wir mit dem. Dann wird es so und dann wird es so. Ja, ja. Ich habe es verstanden. Ihr wisst Bescheid, ne? Ja, ja. Also wir verlagern wieder das Gewicht von rechts nach links und wir nehmen die Arme wieder mit. Horizontal, sprich parallel zum Boden. Zack. Und rüber. Wir haben 10. Und neun. Und acht. Und sieben. Noch sechs. Und noch fünf. Jetzt noch vier. Und noch drei. Und noch zwei. Und wir gehen aufs Konzert. Achtung. Und rüber. 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 Ja. One more time. My loneliness is killing me. Und sieben. Und noch sechs. Und noch fünf. Und noch vier. Sie fühlt es. Merkt ihr, dass sie fühlt es? Oh mein Gott. Drei. Und noch zwei. Und letzter. Die Arme gehen runter. Achtung. Zack. Rüber. Zehn. Und neun. Und acht. Und sieben. Und sechs. Jawohl. Noch fünf. Und noch vier. Gut. Noch drei. Und noch zwei. Und letzter. Gut. Wieder kurz schütteln. Jetzt kommt der dritte Satz, meine Lieben. Denkt dran, wir machen heute das Satztraining. Denkt ihr immer dran, ja? Entschuldigung. Welche Sätze? Achtung. Achtung. Gewicht verlagern. Von rechts nach links. Und wir nehmen die Arme wieder horizontal mit. Zehn. Und neun. Und acht. Fantastisch. Sieben. Und noch sechs. Jawohl. Schön gerader Rücken. Brust raus. Noch fünf. Und noch vier. Noch drei. Und noch zwei. Und wir gehen wieder aufs Konzert. Bitteschön. Und wir haben, wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir. Jetzt haben wir John. Nee. Better Together. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Von den Kellys fand ich am besten Joey Kelly. Aktuell. Mittlerweile. Damals war es, glaube ich, halten. Oder? Ich fand's mir immer alle gut. Du warst für alle gut. Ich fand's alle geil. Ein ganzes Hund. Zimmer hergegeben voll. Wirklich? Ja, voll. Ich hatte alles. Ich habe sogar einen Schal. Ein Schal? Boah. So ein Seitenschal. Tief. Echt, ja? Es gab immer Team E17 oder Kelly Family, richtig? Was war das? E17? Was war das? E17? Bin ich da zu jung für? E17? Wird's ein verarscht? Sag mal ein Lied. Also ich kann jetzt nicht hier so ad hoc singen. Aber waren die so wie die... Echt jetzt? Komm schon. Weiß ich kann gar nicht. Ey, Leute. Kennt ihr E17 noch? Bitte. Schreibt mir das in die Kommentare. Sag mir, dass ihr E17 kennt. Ich habe gerade keine Ahnung. Gib mir einen Song, bitte. Schreibt mir einen Link rein. Link von einem Lied. Drei und zwei und letzter. Super. Voll gut. Okay. Schön. Okay, nächste Übung. Zumindest. Wir gehen in einen klassischen Squat. Und Achtung, wir gehen tief, tief, erster. Und davon machen wir 15 Wiederholungen und dann machen wir eine kurze Pause, okay? Okay. Und dann geben wir wieder drei Sätze. Achtung und los geht's. Und tief, tief, hoch. Tief, tief, hoch. Ihr könnt richtig schön tief bouncen. Jawoll. Und vier, tief, hoch. Fünf, tief, hoch. Sechs, tief. Und drückt euch schön ab. Drückt euch aus dem Fuß nach oben hoch. Und acht, tief, hoch. Ich glaube, die haben I Swear gesungen. Neun, tief, ach echt. I swear by the moon. Das war Boys to Men. Ne? Ach, Schande. Ich bin in sowas auch echt schlecht. Noch zwei, eins, lösen. Schön gemütlich. Super gut. Okay. Satz eins. Satz eins, jawoll. Jetzt machen wir den zweiten Satz. Ich muss kurz überlegen, ob ich was anderes mache. Ne, ne? Nein. Nein? Nein. Okay, gut. Und eins, zwei. Tief, tief, hoch. Drei. Jawoll. Vierter. Und schön den Popo nach hinten unten setzen. Brust bleibt schön oben aufrecht. Und sieben. Tief, hoch. Acht. Tief, hoch. Neun. Tief, hoch. Und neun. Ein kleiner Regenwurm. Halt, was machst du denn hier auf meiner Matte? Sag Mattler Bescheid. Sie wollte eh noch angeln. Hey, der Arme. Kommt zurück ins Gras. Und drei. Tief, zwei. Tief. Letzter. Tief. Was machen wir denn da? Was machen wir mit ihm? Wir tun ihn zurück ins Gras. Ich schleudere ihn nach hinten hin. Wie die Wallachei. Oh, entschuldige. Halt. Tief, tief, hoch. Tief, tief, hoch. Drei. Tief, hoch. Vier. Tief, hoch. Fünf. Tief, hoch. Sechs. Tief, hoch. Knie hier bleiben. Außen. Acht. Tief, hoch. Neun. Tief, hoch. Zehn. Tief, hoch. Die letzten fünf. Tief, hoch. Noch vier. Tief, hoch. Noch drei. Tief, hoch. Zwei. Tief, hoch. Letzter. Tief, hoch. Oh, schön. Okay. Gut. Jetzt brauchen wir ein bisschen Balance. Wir haben hier natürlich ungemähten Hasen unter den Füßen. Wir haben jetzt erschwerte Bedingungen, was aber der Sache nicht abbruchstuft. Genau. Also, wir verlagern das Gewicht auf die eine Seite, schieben das Bein nach hinten und die Arme nach vorne. Achtung, Arme nach vorne. Und wieder zurück und das Knie gleich hochziehen. Nummer eins. Und wieder nach vorne. Hepp. Nummer zwei. Und Hepp. Nummer drei. Und Hepp wird im Moment kommen, an dem wir uns berühren. Nummer vier. Bis jetzt klappt es sehr gut. Und Nummer fünf. Schön langsam. Bauchnabel fest einziehen. Gleichgewicht beibehalten. Und fokussiert gerne. Einen Punkt auf der Matte. Nummer sieben. Und letzter. Nummer acht. Noch mal das Knie hochziehen. Und abstehen. Seite wechseln. Achtung. Los geht's. Und acht. Langsam wieder zurück. Und sieben. Vorsichtig. Langsam wieder zurück. Jawohl. Und noch sechs. Gut. Wieder zurück. Und noch fünf. Gut. Und die letzten vier. Zack. Jawohl. Schön langsam. Bauchnabel fixieren. Die letzten drei. Und zack. Jawohl. Die letzten zwei. Und schön in ein T hineingehen. Und der letzte. Achtung. Und Hepp. Gut. Erster. Von drei. Wir haben immer acht Wiederholungen. Bei der Übung brauchen wir nur acht Wiederholungen, weil wir ja beide Seiten machen. Nicht wahr? Denkt immer dran. Je fester euer Bauch, desto einfacher geht die Übung. Und Punkt Nummer zwei. Wenn ihr auf einer Matte seid und von der Matte runter geht, dann habt ihr immer noch mal mehr Stabilität. Also wenn ihr diese Übung ohne Matte macht, auf dem nackten Fußboden, umso leichter wird sie. Achtung. Zweiter Satz. Los geht's. Knie anheben. Und los. Nach hinten schieben. Nummer eins. Und hochziehen. Und zieht das Bein nach hinten und weit nach oben. Soweit ihr könnt. Nummer zwei. Jawohl. Und Nummer drei. Schön. Und Nummer vier. Yes. Und Nummer fünf. Gut. Gut. Und Nummer sechs. Jawohl. Und jetzt kommen noch zwei. Achtung. Nummer sieben. Schön machst du das. Und du aufziehen. Nummer acht. Hochziehen und abgößen. Vergiss die nicht mehr. Und die Spice Girls. Und die Spice Girls. Entschuldigung, dass wir heute so drin sind in diesem Modus. Aber die Spice Girls, die waren auch. Die waren in der Kategorie Befsuit Boys. Jeder, der die Befsuit Boys mochte, mochte auch die Spice Girls. Das war quasi eins. Und no Angels. War auch geil. Grüße genauso an Sandy. Sandy. Magdalena. Irgendwann trainieren wir hier zusammen auf der Matte. Magdalena. Magdalena. Wer ist Magdalena? Da ist keine Magdalena. Ja, weiß ich. Achtung. Auf die Plätze. Fertig. Los geht's. Und. Kannst du noch alle Namen von den No Angels aufsagen? Lucy. Lucy ist die andere. Genau. Lucy. Lucy war die rothaarige mit den schönen Locken. Ja. Ähm. Sandy. Ja. Sandy. Äh. Sandy. Äh. Wundet Amerika. Schöne Blonde. Oh ja. Hat einen Sohn und einen Hund. Folgt euch auf Instagram. Mhm. Geil. Ähm. Jetzt kommt Nummer vier. Ich muss mich fokussieren. Achtung. Äh. Lucy. Äh. Warte mal. Ich muss die sehen. Nadja. 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 Stimmt. Das war diese rassige, ne? Ja. Und die andere war auch so eine richtig schöne. Die waren alle schön. Die waren alle schön. Die waren alle schön. Aber wirklich gut. Nadja. Und. Ach. Das ist gut. Echt. Nadja. Ich glaube, wir haben noch zwei. Achtung. Sieben. Und. Acht. Jawohl. Gut. Zweiter Satz. Jetzt kommt der dritte. Das letzte. Achtung. Ready. Steady. Los geht's. Hochziehen. Und. Mach hoch. Nummer eins. Und. Nummer zwei. Gut. Und. Nummer drei. Bauchnabel schön fest einziehen. Kopf hängt nicht, sondern ist immer in Verlängerung der Wirbelsäule. Jawohl. Jetzt kommt Nummer vier. Jawohl. Und. Nummer fünf. Gut. Und. Die letzten drei auf der Seite. Achtung. Nummer sechs. Sehr gut. Jetzt kommt Nummer sieben. Schön. Und. Der letzte wird der schönste. Nummer acht. In uns stecken. Ey. Solche Ballerina-Songs. Hör mal ernst. Ey. Geht nicht raus. Kriegst du nicht mehr raus. Ne. Einmal Ballerina. Immer Ballerina. Ich hab kurz überlegt, vielleicht im Erwachsenenalter nochmal Ballett zu tanzen. Echt? Ich hab tatsächlich überlegt, Hip-Hop mir mal anzufangen. Aber ich glaube, ich würde so ein. Wie so ein. Wie so ein. Mit so Becky-Pants. Kennst du die Dickies noch? Ja. Mit Buffalo's. Ich würde glaube, ich wie so eine. Wie so eine. Weißt du das? Wenn du einmal Ballett-Schanz hast, dann kriegst du das nicht raus. Und ich würde dann wahrscheinlich so geile Moves. so Ballerina-Line. Aber es gab ja die Kombination Hip-Hop Ballett in dem Film mit Jessica Alba. Oh ja. Und. You remember? Ja. Und. 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 Mein Lieblings-Fan ist ja auch Save the Last Dance. Ja. God. I love it. Ich hab jetzt letztens noch den Song. Diesen. 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 Äh. Trailer. Ja. Diesen. Soundtrack. Davon gehörte ich ihn. So. Liebe. Bam. 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 So. 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 Von. So. 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 Ich. So. 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 Un Bedürfnis. Nach Tanzen. Hatte. Und. Immer. Das Bedürfnis. Nach Tanzen. Hat. Du Fällt mir. Diesen. Tanz. Film. Gucken. Jan. Nee. Fällt mir. Die Hab. Muss sich immer. Diesen. Musik. heat. Gä?i Sind. Achtung. Die letzten drei. Oh. Dieser Satz hat lang gedauert. Macht. Aber. Nichts. Sag. Jawoll. Achtung. Die altern beiden. Die. Sieben. Ja. Wo. Und der Medical Axt. Und der Achte. Ach. baw. Schöne. Super gut. Habt ihr geschafft. Wir gehen auf die Matte und ich will jetzt klassische Push-Up. Wir wollten auch noch mal ein klassisches Training machen, ohne Schnicky-Schnucki, ne? Ohne Schnicky-Schnucki können wir nächstes Mal machen. So, Push-Ups, classic Push-Ups, schulterschmale Pushys und zwar 15 Stück. Oh, 15 Stück. Achtung auf die Plätze, fertig und los geht's. Und eins, zwei, drei, ich hab heute schon 100 gemacht. Vier, ich merk das, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und fünf, noch vier, noch drei, zwei, eins und letzter. Genau. So, ausschütteln, wirklich kurz ausschütteln Mädels, schüttelt eure Arme kurz aus, weil wir machen jetzt nochmal zwei Sätze. Also wenn ihr merkt, es wird schwierig, dann geht in die Explosiven. Dann könnt ihr auch von hinten nach vorne den Push-Up machen, okay? Ja. Dann könnt ihr den Schwung ein bisschen mitnehmen. Also wenn ihr merkt, oh, es geht jetzt gleich brenzlig, weil es einfach viel ist für euch, dann macht das entsprechend. Oder geht an eine entsprechende Erhöhung oder so, geht auch. Mhm. Könntest du mir heute vielleicht noch meine Nägel machen? Ich kann es nicht mehr ertragen. Hahaha. Diese Asi-Nägel an meiner Hand. Guckt ja auch immer eure eigenen Nägel an beim Sport, ja? Boah, geht gar nicht. Los geht's. Ich kann euch gerne gleich mal ein kleines Bild einblenden von meinen Nägeln. Oh mein Gott. Kameramann, blende meine Nägel ein. Ich halte gleich noch mal die Kamera. Achtung auf die Plätze. Fertig und los geht's. Und eins. Jawohl. Zwei. Schulter schmal. Drei. Ellbogenzeichen nach hinten. Vier. Gut. Fünf. Und sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Fünf Stück mehr. Und. Achso. Fünf. Sehr gut. Noch vier. Jawohl. Drei. Gut so. Zwei. Jawohl. Eins. Und letzter. Schummeln. Es sind ja eigentlich gar nicht fünf. Es sind 16. Stimmt überhaupt nicht. Du kannst einfach erzählen. Excuse me, ich hatte Mathe-Erweiterungskurs. Ja, ist klar. Artig. Und meine Oma heißt Nikolaus. Grüße gehen raus Antonas Roma. Die nicht Nikolaus heißt, sondern Maria. Mari. Maria. Und jetzt Beachtung, mein Opa heißt Nicola. Geschrieben Nicola. Kommt immer Post mit Frau Nicola. Frau Nicola? Ja, aber er ist ein Mann. Im Italienischen ist es Nicola. 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 Mit langem O. Nicola. Nicola, Maria. Maria Nicola. Okay. Achtung, Maria Nicola. Für euch die letzten 15 Push-Ups. Achtung auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. Eins. Zwei. Drei. Schön entspannt. Vier. Und fünf. Nummer sechs. Gut, so. Kommt weiter. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Die letzten fünf Stück. Und noch fünf. Jawohl. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Und letzter. Super gut. Schön. I feel it. I feel it as well. Weil ich heute Morgen schon Sport gemacht habe und viele Push-Ups dabei hatte. Achtung. Jetzt gehen wir in die Seitelager. Und zwar begeben wir uns auf den Unterarm. Achtet darauf, dass der Ellenbogen direkt unter der Schulter platziert ist, sodass der Oberarm tatsächlich senkrecht ist. Und jetzt kommen wir mit der Hüfte nach oben. Strecken das obere Bein, strecken den oberen Arm. Und jetzt treffen sich Knie und Ellenbogen. Achtung. Auf die Plätze. Fertig. Und bitte schön. Ranziehen. Und lang. Ranziehen. Zwei. Ranziehen. Drei. Ranziehen. Vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und neun. Und zehn. Lösen. Einmal auf die andere Seite. Achtung. Auch hier wieder. Unterarm gut platzieren. Oberes Bein ist gestreckt. Oberer Arm ist gestreckt. Ready. Steady. Und go. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Nummer vier. Nummer fünf. Nummer sechs. Nummer sieben. Nummer acht. Nummer neun. Und Nummer zehn. Gut. Sehr schön. Das war der erste von drei Sätzen. Wir begeben uns wieder auf die andere Seite. Wenn euch euer Ellenbung ein bisschen wehtut, dann platziert unter dem Ellenbung vielleicht ein kleines Kissen oder faltet ein Handtuch zurecht und so. Weil ich weiß, dass hier ganz wenig Haut ist. Und deswegen manchmal das Ganze ein bisschen schubbern oder steuern kann. Achtung. In die Poolposition. Auf die Plätze. Fertig. Los geht's. Zehn. Neun. Und acht. Sieben. Und sechs. Noch fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und letzter. Schön. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Auf die Plätze. Fertig. Und bitteschön. Zehn. Und neun. Und acht. Noch sieben. Noch sechs. Noch fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Zwei. Und einer. Sehr gut. Das war der zweite Satz, Mädels. Jetzt kommt der dritte Satz. Die Vorfreude ist groß. Achtung. Are you ready, Charlie? I'm ready. Are you ready for this? Auf die Plätze. Fertig. Und bitteschön. Zehn. Und neun. Noch acht. Jetzt noch sieben. Noch sechs. Noch fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und einer. Lösen. Genau. Und noch einmal auf der anderen Seite. Dann haben wir diese Übung geschafft. Auf die Plätze. Fertig. Und jetzt. Zehn. Neun. Und acht. Und sieben. Noch sechs. Noch fünf. Noch vier. Jetzt noch drei. Noch zwei. Und einer. Lösen. Okay. So. Jetzt gehen wir, Achtung, gehen wir in den geraden Sitz. Nehmen die Hände nach hinten. Schieben die Brust schön aufrecht nach vorne. Und jetzt nehmen wir einen Fuß nach oben und pulsieren. Oh, der hat's in sich. Ja. Für schön in vorderen Oberschenkeln. Und wir haben zwanzig. Neunzehn. Achtzehn. Siebzehn. Sechzehn. Fünfzehn. Vierzehn. Dreizehn. Zwölf. Noch elf. Eigentlich kann man das andere anstellen oder nicht? Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wir wechseln nicht die Seite. Wir schütteln kurz aus. Bist du hart, ey? Wir wechseln nicht die Seite. Bist du ein Drache oder was? Ich bin ein böser Mensch. Sie ist Drache Kokosnuss. Achtung auf die Plätze. Selbes Bein wieder, ne, Mädels? Fertig. Und zwanzig. Los geht's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Das ist schön mit der Sonne. Neun. Zehn. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Noch fünf. Vier. Drei. Rücken bleibt gerade. Eins. Lösen. Ooooooh. Alter. Gebrüß. Schüttet wieder auf. Was? Kennst du Olaf? Wer ist Olaf? Von Anna? Ja klar. Von hier Frozen. Sommerkind. Lächelt so auch wie Winter. Du bist ein bisschen wie Olaf. Bin ich ja Olaf? Im Sommer. Weil dich die Sonne so anscheint. Okay. Come on. Okay. Nächsten. Letzten. Zwanzig. Dann wechseln wir die Seite. Achtung. Auf die Plätze. Zehn Spitze ranziehen. Und los geht's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Brust hoch. Acht. Neun. Zehn. Acht. Sieben. Sechs. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und los geht's. Wechselt die Seite. So. Jetzt muss die andere Seite arbeiten. Achtung. Zehn Spitze wieder ranziehen. Wir starten sofort durch. Und. Zwanzig. Neunzehn. Achtzehn. Sechzehn. Fünfzehn. Noch vierzehn. Dreizehn. Und zwölf. Elf. Wir haben noch zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Noch fünf. Noch mehr. Noch drei. Noch zwei. Noch eins. Und dann. Dann. Okay. Danach brauchen wir noch mal eine gute Übung. Eine gute. Die ist auch gut. Die ist gut. Die ist gut. Aber ich meine ein bisschen was dynamischeres. Jetzt wollte ich hier meine eigene Übung schlecht machen. Ob ich dumm bin. Ob du dumm bist. Nein. Ich habe schon eine im Kopf. Ist die dynamisch? Die hatte ich schon vorher im Kopf. Aber dann kam noch eine andere in meinen Kopf. Okay. Du hast dein Viehchen. Immer noch. Das ist meine neue Freundin. Was macht die da? Könnt ihr die sehen? Das ist meine Freundin. Was macht die da? Die ist auch gerade noch auf meinem Finger. Wie frech kann man denn sein? Da wollte sie gerade sein. Da wollte ich gerade sitzen. Was machst du denn da? Geh mal weg da. Es gibt eigentlich freche Tiere. Die sind auf mein Auge. 10, 9, wir sind total professionell. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lösen. Also wer immer noch denkt, Sport macht keinen Spaß, Sport macht Spaß. Vor allem mit uns. Sport macht immer Spaß. Vor allem mit uns. Ich finde es witzig. Wir haben Freude. Freude am Tun. Auch wenn mal irgendeiner von uns geschrieben hat. Warten wir doch einen Kommentar mal unter uns. Cringe. Ihr seid cringe. Ihr seid faul. Ihr seid gar nicht lustig oder so. Ja, dann geh halt nach Hause. Geh doch nach Hause. Geh woanders, wo du dich lustig findest. Danke für gar nichts. Auf die letzte. Los geht's. 20. 19. 18. 17. Aber ich mag Hater. Ich auch. 14. 13. Ja. 12. 11. Noch 10. 9. 8. 7. Noch 6. Noch 5. 4. 3. 2. Ich freue mich auf eine dynamische Übung. So. Ich habe heute echt ein bisschen Bewegungsdrang, muss ich kurz sagen. Hast du ja. Ich hoffe, wer dynamisch ist. Ja, es ist so zur Hälfte dynamisch. Wir gehen jetzt auf die Unterarme in die Plank hinein. Und dann werden wir das Backhand zur Seite kippen. Und zwar rechts, links, rechts, links. Hip Dips. Die sind schön. Die sind schön. Ich mach die. Die sind schön. Die gehen auch hier schön auf die seitlichen Bauchmuskeln. Wir haben 20 Wiederholungen. Und das werden wir jetzt genießen. Achtung. Da hast du den Abstand. Gleich eine halbe Stunde. Dann droh ich auf die Plätze. Und du hast nicht gestoppt von vorne rein. Fertig. Los geht's. Rechts, links, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Und eure Füße dürfen sich ruhig ein bisschen mitdrehen. Diese Übung ist natürlich von Vorteil, wenn man Schuhe an hat. Und noch zwölf. Elf. Zehn. Neun. Mathe-Erweiterungskurs. Acht. Sieben. Zehn. Vier. War's nicht. Drei. Zwei. Eins. Lösen. Kurz Pause. Aber ich mag ja. Ich mag ja mehr tun. Mehr? Ja, mehr. Also, weißt du. Haben wir mehr als 20 gemacht? Ja, eben. Haben wir? Ja. Zwei. 22. Auch gut. Ich mag 22. Okay, Achtung Mädels. Wie gut hast du nicht gesagt, dass du magst hier. Wie? Was? Was? 69. 69. Achtung. Auf die Plätze. Das ist wahrscheinlich anders. Ich kann nie machen. Ruhig. Konzentration. Und los geht's. Ein. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einer. Lösen. Drei. Wieder einmal komplett. Pause. Äh. Excuse me. Guckuck. Bitte machen einen Termin beim Therapeuten. Für Donau. Ich werde Hähnchen halten mitkommen. Vielleicht gibt es noch ein paar Tipps für mich auch. Vielleicht gibt es auch Käsebrote. Vegan. Wäre ziemlich geil. Wäre ziemlich geil. Beim Therapeuten. Meinst du? Da gibt es immer nur so eine kleine Glasschüssel mit Bonchies. Was sind denn Bonchies? Hallo. Norddeutsch für Bonbon. Ach zu. Schon wieder so ein norddeutsches Wort. Kennst du Bonchies nicht? Hey Kat, ich suche deine norddeutschen Wörter. Wie war das ein Becher für eine Tasse Bonchies? Noch nie in meinem ganzen Leben Bonchies. Sagst du auch Feudel? Ja? Weißt du was ein Feudel ist? Ja wahrscheinlich schon ein feuchter Latten. Ne. Das ist ein Wischmob. Ihr sagt immer ein Wischmob. Das ist ein Eimer mit einem Sieb für einen... Feudel. Ja. Feudel. Echt jetzt? Was sagt ihr? Meinst du die mit den Fransen so dran, nicht so furchtbar finden? Ja. Ja. Furchtbarer Wischmob. Furchtbarer Wischmob? Nein, der ist Feudel. Achtung. Wir gehen wieder zurück in die Plank. Außer wie der norddeutsch ist. Ja. 20. Bitteschön. Nummer eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und acht. Neun. Zehn. Und die letzten. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Und fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch einer. Locker. Schön. Haben wir noch? Ja. Eine Übung darfst du noch. Eine Übung dreimal? Eine Übung darfst du noch dreimal. Okay, kommt. Wir stehen nochmal auf. Zum Schluss wird nochmal ein bisschen dynamisch. Kommt ihr? Ich meine... Du kannst auch einfach so meinen Hintern anfassen, wenn du den gut findest. Hi. So, Mädels, kommt. Wir machen nochmal. Wir gehen jetzt in die gehenden Jumping Jacks. Und zwar nehmen wir die Arme nach oben und wir ziehen richtig schön das Knie zur Brust. 20 Mal, okay? Immer im Wechsel, ja? Okay. Achtung. Auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Richtig hoch. Acht. Meine Freundin ist wieder da neu. Ja. Das war auch gut bei mir. Du hast festgestellt, ich bin müde. 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut. Kurz lösen. Nochmal. Um jetzt einfach zum Schluss nochmal den Puls ein bisschen höher zu bringen. Achtung. Auf die Plätze. Fertig. Los geht's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Lösen. Ausschütteln. Gut. Letztes Mal. Last but not least. The last time for Jay. Achtung. Fertig. Und los geht's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ich auch. Sieben. Acht. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Yes. Schön. Wollen wir uns ein bisschen ausschütteln? Ein bisschen nach rechts, nach links schwingen? Genau. Völlig kontraktionslos, wollte ich schon sagen. Also ohne Spannung. Einfach mal so ein bisschen von rechts nach links. Ihr dürft doch gerne ausatmen. Und wir haben zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Und vier. Und drei. Zwei. Einer. Und locker lassen. Gut. Supergut. Wir gehen einmal in Katze Kuh. Hände gehen aufs Knie. Und jetzt macht ihr einmal einen runden Rücken. Zieht richtig das Kinn zur Brust. Der Rücken wird ganz rund. Und jetzt gehen wir in ein geführtes Hohlkreuz. Zieht den Popo richtig schön nach außen schieben. Nach außen? Nach hinten. Nach hinten. Danke. Schön nach hinten schieben. Und wieder Nabel einziehen. Schön rund werden im Rücken. Nabel richtig fest zur Wirbelsäule ziehen. Zieht den ganz doll ran. Und wieder schön ins geführte Hohlkreuz. Blick geht geradeaus. Einmal noch so richtig schön rund werden im Katzenbuckel. Zieht nochmal richtig das Kinn zur Brust. Nasenspitze nach unten. Und wieder durchtragen. Schön lang machen im Rücken. Und jetzt gehen wir ganz bewusst in den neutralen Rücken zurück. Kurz ein bisschen ausschaken. Und lösen. Supergut. Sehr schön Mädels. Damit habt ihr es für heute wieder geschafft. Vielen Dank, dass wir mitmachen. Ihr wart großartig. Ich hoffe ihr kennt meine Freundin, die auf meinem Kopf und auf meinem Auge saß. Grüße gehen raus an alle Bienen. An alle Bienen. In diesem Sinne ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao, ciao.